Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Fandung Broken Wings und wir müssen Mitchell Billings retten. Wir wissen jetzt, wo er steckt, im DCD-Hauptquartier und dort wartet Lieutenant Young auf uns, ein ganz, ganz kräftiger Junge, wieder mal gut gepanzert. Und deswegen freuen wir uns auch schon auf das, was auf uns zukommt, denn es wird nochmal hier richtig krachen bei The Division. The Ranger freut sich, steppt ein bisschen, tanzt ein bisschen und jetzt aber soll es losgehen. Wir wissen, wo wir hin müssen. Ja, da flüchten sogar die Tierchen vor uns. DCD-Hauptquartier. Mitchell Billings ist anscheinend ein Arzt. Und medizinisches Personal können wir in unserer Situation immer gut gebrauchen. Ach du Schande, da ist wieder irgendwas, aber das interessiert uns mal nichts. Dann gucken wir mal, was vor uns ist. Das interessiert uns eigentlich auch nichts. Wir müssen hier links, links. Oh, da ist wieder eins. Wir lassen jetzt einfach mal alles andere liegen und gehen straight. Ja, ich überlege gerade. Oh, ja, das ist jetzt, sind wir hier richtig? Ich weiß es nicht. Wenn wir jetzt hier hochgehen, nein, wo kommen wir denn da hoch? Kommen wir da irgendwie hoch? Da kommen wir, glaube ich. Kommen wir da irgendwie hoch? Nein, 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 da kommen wir nicht hoch. Okay, dann werden wir hier außenrum gehen und in den Bodenkampf gehen. Ach, da drüben sind auch welche. Ah, das passt mir gar nicht. Die werden sich hier gleich einmischen. Da müssen wir hin. Da sind auch welche. Okay. Den hier, um den kümmern wir uns. Okay. Sehr schön, von feindenbewachte Orte. Das wird das hier sein. Jetzt müssen wir wieder gucken, wie wir hier am geschicktesten reinkommen. Ah, wie war das, wie war das, wie war das? Da müssen wir bestimmt von der anderen Seite. Hm, da oben springt auch einer rum. Oh, ja. Ach, du Scheiße, in Deckung. Deswegen. Komm, Blaschen weg. Ja, besser ist das. Oh, jetzt ist da hinter uns noch was. Oh, ja. Da ist auch wieder einer. Kardinal, war das Kardinal? Okay. Ah, da sind noch mehr. Ja. So, jetzt habe ich ja alle Faxen dicke hier. Neun Minuten 44 haben wir noch. Ach, Mist. So, das Geschütz hilft uns jetzt auch nicht da, wo es jetzt gerade ist. Der beste Ort, um in Deckung zu gehen, ist mitten auf der Straße, ne? So, jetzt aber. Angriff ist die beste Verteidigung, my friend. Ja, komm, mach ihn weg. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir wieder überlegen, der ist da drüben. Jetzt müssen wir wieder hier einmal ums Haus rum. Ach, 52. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber wir wollen hier keine Sightseeing-Tour machen. Wir müssen den guten Billings retten. So. Wie war das? Wie war das? Wie war das? Wieder einmal sind wir auf der Suche nach dem Eingang. Ach, ich glaube, jetzt weiß ich wieder, was das war. Ja, natürlich, das war diese Geschichte hier. Ja, DCD. Jetzt ist klar. Aber wo war da der Eingang? Hä? So. Aha. Da war, glaube ich, der Eingang. Irgendwie durch die Zelte. Ja, nein. Ja, nein. Auch nicht. Ich brauche Luftunterstützung, weil hier wird es gleich krachen. Ja, hier war es doch. Irgendwo hier. Ja. Jetzt sind wir wieder drin. Okay, alles klar. Jetzt kann es losgehen. Genau. Da war doch irgendwo die Munition. Und der Rettungswagen, wo wir drüber rennen müssen. Genau. Da sind sie, die bösen Buben. Und warten auf uns. Eigentlich nicht. Die haben Besseres zu tun. Aber. So. Wo hauen wir unsere. Unser Geschütz. Da oben kriegen wir es nicht drauf. Da kriegen wir es auch nicht hin. Hauen wir es da hin. Und dann beginnen wir mit der Party. Ach du Schand. Jetzt kommen sie da drüben raus. Okay, das soll das hier sich drum kümmern. Das Geschütz. Aha. Und wer kümmern uns hier rum? Oh, da ist ja. Oh. Ja, dann brauchen wir Unterstützung. Da brauchen wir Feuerunterstützung. Nein, du hast keine Granate. Nein, 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 mein Freund. No, 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 my friend. So, da drüben sind noch welche. Ja, hier ist aber auch wieder ein Bezrieg hier. Oh, oh. Oh, oh. Da oben ist wieder einer. Ja, 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 ja. Wusste ich es doch. Da ist aber keiner rechts von uns. Nein, da ist keiner. Das nimmt ja wieder hier kein Ende. Geschütze hier aufstellen, ohne mich vorher zu fragen. Ja, 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 wir sind wieder gerade bis in einer schlechten Position. Funktion. Ups. Ups, 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 ups. So, den haben wir jetzt weg. Und die Zuhörer haben wir auch noch. Mann, 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 wo ist denn eigentlich unsere Drohne? Hat die Arbeit schon eingestellt. So, wie sieht es aus? Ist jetzt Feierabend. Können wir jetzt rein? Ja, jetzt ist hier Ruhe eingekehrt. Himmlische Ruhe. So, wo haben wir Material zum Aufnehmen? DCD-Hauptquartier. Ja, ich weiß, was das ist. Da werden wir viel Spaß haben. Ah! Ja, danke. Der mit seinen Geschützen. Geht mir ein bisschen hier auf den Zeicher. Oh, jetzt kommt noch einer. Jaja, wenn man so einen Lauf reinguckt, ne? Boah, das Ding hält ja ganz schön was aus. So, ist da noch einer? Ne, da ist noch so ein Geschütz, gell? Hä? Huch, wo kommen jetzt die her? Noch einer? Boah, hier gehen wir echt ein bisschen auf den Keks. Jaja, das könnte ich genauso zu dir sagen. Sperrfeuer. Sperrfeuer. So, wie sieht's denn jetzt aus hier? Oha, oha. So. Ach, da draußen treiben sich noch ein paar rum. Äh, ja. Ah, ja. Mit Hubschrauber, Hubschraub, Schraub und so weiter. Okay, ein kleines bisschen modifiziert. Das heißt, wir müssen jetzt gar nicht immer irgendwo hier hochrennen, oder? Oder? Ne, 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 ne. Da müssen wir gar nicht langen. Wir müssen da rein. Sehr schön. Mal ein bisschen was anderes. Hm, okay. Ja, komm, beeil dich. Schlecht. Okay. Ich glaube, wir sparen uns die anderen Raketen, wenn's wichtig wird. Gut, gut, gut. So, wo sind jetzt noch welche? Da ist noch irgendwo einer. Die Frage ist, wo können wir das Geschütz hinhauen? Hier. Dann haben wir ein bisschen Feuerunterstützung, hoffe ich doch. So, schnapp ihn dir. Dann nichts Gutes im Schilde. Ja, genau. So, jetzt müssen wir mal, glaube ich, langsam hier runter, damit wir hier mal sehen, was sonst noch alles ist. Ja, jetzt gehen wir mal hier hoch. Okay. Oh ja, von der Seite. Ach du Schande. Da kommen sie jetzt. Ist er das? Ist das Lieutenant Young? Nein, der ist zu schnell dafür. Der Kollege ist richtig böse gepanzert. Okay, da oben. Den möchte ich haben. Ja, danke. Spitze. Das gefällt mir gar nicht. Dann laufen wir mal hier ein bisschen. Oh, da oben wäre doch, glaube ich, eine gute Position zum Kämpfen. Ja. Genauso habe ich es auch empfunden, als es das erste Mal. Ja, sehr schön. Das klappt, das klappt. Ein bisschen Feuer. Ein bisschen Feuer, mein Freund. Mein Freund. Ach du Schande. Das ist ja auch nicht. Dann gehen wir mal hier her. Nein. Hat er doch noch die Granate geworfen. Okay, dann wieder hoch. So, wo, wo, wo? Da. So, da drüben ist ein Medizin. Medizin, den wollen wir gar nicht. Den wollen wir, brauchen wir gar nicht. Genau, so ist besser. Also gut, dann geht es jetzt weiter. Da drüben, so wie es aussieht. Dann nehmen wir das hier mit. Liegt hier sonst noch was rum? Ja. Okay. Ein paar Raketen. Ja, das ist ein bisschen hier alles verteilt hier. Da haben wir noch was vergessen. So, haben wir denn Munition brauchen wir eigentlich? Wir brauchen eigentlich Munition. Wo war denn die Munitionskiste? Die ist da drin oder wo? Oder ist die da oben? Ach, die ist da drin. Da kommen wir jetzt nicht rein. Da müssen wir da lang. Okay. Und dann schauen wir mal. Da müsste doch da drüben noch irgendwo eine gewesen sein. War da nicht noch eine? Irgendwie da oben. Ach, die ist wieder auf der anderen Seite. Okay, alles klar. Dann weiter. Weiter im Konzept. Und jetzt glaube ich, werden wir wieder ins Gebäude reingehen. Ja, normalerweise sind wir da rausgekommen. So war das, gell? So, da ist eine Kiste. Jetzt machen wir das Ganze praktisch umgekehrt. Da hoch. Okay. Um den Mitchell Billings zu befreien, müssen wir jetzt hier lang. Also praktisch das Ganze umgekehrt als in der normalen Version oder im... So. Ja, jetzt haben wir die Jungs aufgeschreckt. Ja, die hasse ich besonders, die Kollegen mit den Schrotis. Okay. So, kommt, 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 kommt. Auf geht's. Ja, da sagt sie was nun wieder, wenn der Granate... Alles leere Versprechungen. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Okay. Es tut mir wirklich leid zu hören, wie schwer Sie es haben. Aber Sie dürfen sich nicht durch Ihren Schmerz steuern lassen. Versuchen Sie bitte, Luft zu holen und sich selbst neu zu kalibrieren. Nicht nur Ihre Waffe. Danke, Doc. Ich verstehe nicht, was sie damit vorhat. Tja, ich verstehe es auch nicht, aber wir werden es verstehen, wenn wir am Ende hoffentlich angekommen sind. Aber das wird nicht in der heutigen Folge sein. Wir bleiben hier in Deckung, bereiten uns dann für den Endkampf vor und das wird in der nächsten Folge passieren. In der nächsten Folge, wir wischen zwar hier bei mir auf dem Kanal, wir spielen Broken Wings, die Fahndung und wir versuchen Mitchell Billings zu retten. Sie nimmt diese die Hauptquartier aber noch nicht am Ziel angelangt, denn Lieutenant Young wartet auf uns dort. Ja, aber das wie gesagt im nächsten Video. Ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es war wieder mal ein bisschen unterhaltsam für euch und wünsche euch viel Spaß. Bis zur nächsten Folge hier wieder bei mir. Broken Wings. Also, tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.